Willkommen zum Video vom Automagazin TuningBlog zum Thema BMW M2 Track Tools von AC Schnitzer und RSR Nürburgr. Leider müssen wir euch gleich zu Beginn mitteilen, dass wir euch heute kein Videomaterial des beeindruckenden Fahrzeugs präsentieren können. Aber keine Sorge, wir haben eine Auswahl an fantastischen Fotos, die wir euch in Form einer kleinen Diashow zeigen. Denn diese Autos sind einfach zu cool, um sie euch vorzuenthalten. Wenn ihr schon immer davon geträumt habt, ein hochgezüchtetes Track Tool auf der legendären Nordschleife zu bewegen, dann könnte dieses Angebot euer Herz höher schlagen lassen. Die Experten von RSR Nürburgr haben in Zusammenarbeit mit dem Tuning-Spezialisten AC Schnitzer gleich zwei BMW M2 der neuesten Generation, auch bekannt als G87 auf die Rennstrecke vorbereitet. Die Fahrzeuge erstrahlen in auffälligem Rot und Blau und bieten nicht nur optisch, sondern auch technisch alles, was das Motorsport Herz begehrt. Die beiden Fahrzeuge wurden mit einem kompletten Aerodynamik-Paket von AC Schnitzer ausgestattet. Dieses umfasst einen Frontsplitter, Dach- und Heckspoiler, einen Diffusor sowie einen markanten Racing-Heckflügel aus Carbon. Diese Komponenten sorgen für ein aggressives Erscheinungsbild, verbessern jedoch vor allem die Aerodynamik und steigern somit die Performance auf der Strecke. Dazu kommt ein Sportschalldämpfer von AC Schnitzer mit vier carbonummantelten Endrohren, die einen atemberaubenden Klang erzeugen. Ein akustisches Highlight für jeden Motorsport-Fan. Für die perfekte Straßenlage sorgen 20 Zoll große AC1 Leichtmetallräder, die mit hochwertigen Cup-Reifen ausgestattet sind. Das speziell abgestimmte Fahrwerk von KW, das von RSR und Schnitzer für die Nordschleife entwickelt wurde, bietet zusätzlich ein präzises Handling und maximale Kontrolle in jeder Kurve. Auch die Bremsanlage wurde optimiert. Mit Stahlflexleitungen und Winmax-Bremsbelägen bietet der M2 eine verbesserte Verzögerung und noch mehr Sicherheit, egal wie fordernd die Strecke ist. Im Innenraum setzen die Fahrzeuge auf kompromisslosen Rennsportkomfort. Sparco Rev QRT Sportsitze bieten zusammen mit 4-Punkt-Gurten von Schroth und einem Clubsportbügel von Wichers optimalen Halt und Sicherheit. Damit steht einem unvergesslichen Fahrerlebnis auf der grünen Hölle nichts mehr im Weg. Das Beste, ihr müsst keinen eigenen Rennwagen besitzen, um dieses Erlebnis zu genießen. Für einen Preis von 1178 Euro könnt ihr vier Runden mit einem dieser speziell getunten BMW M2 im Rahmen der Touristenfahrten absolvieren. Wer sich noch weniger Gedanken um die Organisation machen möchte, wählt das All-Inclusive-Paket für 1418 Euro. Dieses beinhaltet neben dem Fahrzeug auch das benötigte Benzin und die Rundentickets. Ein rundum-sorglos-Paket für Motorsport-Begeisterte. Dieses Angebot bietet nicht nur jede Menge Fahrspaß, sondern auch die Möglichkeit, die hochwertigen Tuning-Komponenten von AC Schnitzer unter echten Bedingungen zu testen. Vielleicht eine perfekte Gelegenheit für alle, die darüber nachdenken, ihren eigenen M2 aufzurüsten. Falls euch diese Fakten gefallen haben oder einige eurer Fragen beantworten konnten, würden wir uns über ein Abo sehr freuen. So bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand rund um die Welt des Tunings und Motorsports.